Mein Name ist Robert Robowski, ich bin Teamleiter Solution Management im Bundesrechenzentrum. Mein Sohn, Mio, ist drei Jahre alt. Papa sein heißt für mich in erster Linie Vorbild sein und zu gewissen Teilen auch bester Freund sein. Den Alltag teilen wir uns, soweit es geht, 50-50 auf. Geht nicht immer, aber großteils auf jeden Fall. Mein Arbeitgeber unterstützt mich dahingehend, dass er mir Gleitzeit anbietet. Das finde ich besonders wichtig. Homeoffice-Möglichkeiten unterstützen das Ganze. Und nicht zuletzt ein entspannter Umgang mit dem Thema Väterkarenz und Papamonat. Der Vorteil an meiner aktiven Vaterrolle ist, dass ich meinen Sohn Mio sehr gut kennenlernen kann. Eine Bindung aufbauen, ihn verstehen und teilhaben an seine Welt. Dadurch habe er mich ein Stück weit noch näher kennengelernt, beziehungsweise an meine Kindheit und Interessen, von denen ich schon lange nichts mehr gewusst habe. Zum Beispiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich mich als Kind auch für Modelleisenbahnen interessiert habe. Mein Sohn hat mich aber dazu motiviert, ein Buch zu schreiben. Ein Thema, das ich lange auf meiner Agenda oben hatte, aber nie realisieren konnte. Er hat mir die nötige Motivation gegeben. Jetzt ist es fertig und ich bin sehr glücklich. Mein Kind aufwachsen zu sehen und ihn zu begleiten auf seinem Weg war teilweise schon sehr anstrengend, aber absolut lohnens und empfehlenswert.